Schlagbau auf jeden Fall. Wir haben das letzte Spiel gegen Braunschweig gespielt, also wir spielen gegen Hedersheim. Da haben sie Nummer 2 gewonnen. Hätte ich besser eingeschätzt. Wir haben gegen die Truppe noch nie gespielt, die haben ein bisschen eingekauft. Aber trotzdem sind immer noch viele Personen dabei, die sich in der zweiten Liga ganz gut auskennen und da auch wieder hinwollen. Deswegen würde ich sagen, es ist ein spannendes Spiel. Zahn ums Hahn. Und dann werden wir am Ende sehen, wer am Sonntag hier als Sieger aus der Halle geht. Sehr gut. Also ich studiere Lehramt für Sport und BRT. Deswegen erstmal Grüße raus an alle Spurwies, die das hier sehen. Wir sind der Studiengang, der das Glück hat, ein bisschen uns zu sehen. Denn wir haben ja viele Sportarten, die wir durchgehen müssen. Und dadurch sehen wir uns ganz viel und haben auch ein bisschen sozialen Attakt, anders als andere Studiengänge. Deswegen kann ich da nur einen Dauer hoch geben. Auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Familie und meine Freundin die Spiele immer aufmerksam gucken. Und an alle Freunde, die ich habe, guckt die Spiele am Sonntag. Bis dann. Bis dann! Bis dann!